1. 3. 5. 6. 11. 11. 12. 12. 14. 15. 12. 23. 23. dabei bist, nicht wegen unserem Kalam, sondern weil wir uns hier getroffen haben, für Allah, für Allah, den Allmächtigen. Liebe Geschwister, die Menschen sind in der Irre, die sind in Raffler, die sind in Ablenkung, die lassen sich von allen möglichen Dingen ablenken. Und nur die wenigsten Menschen, die dürfen sich überhaupt Allah hingeben. Und das ist ein Zeichen von der Liebe Allahs gegenüber seinem Diener. Ein Zeichen von der Liebe Allahs gegenüber seinem Diener ist was? Dass wenn der Diener Gutes hört, wenn der Diener Gutes sieht, wenn er mit Muslimen zusammen sein darf. Das sind Zeichen von einem Gläubigen. Und liebe Geschwister, Allah der spricht die Menschen einmal allgemein an im Koran und er spricht die Gläubigen speziell an. Und wie ist das, wenn wir den Koran lesen? Wollen wir nicht gerne zu den Gläubigen gehören? Ist das nicht etwas Besonderes, wenn man hört, O, die ihr glaubt? Wir wollen doch alle von denen sein, die diese hervorragende Stellung von Allah bekommen haben. Und glaubt mir, liebe Geschwister, wir haben einen so barmärzigen Herrn. Und die meisten sind sich nicht bewusst, wie barmärzig Allah ist, wer Allah überhaupt ist. Dabei gehört das zu unseren Grundlagen in der Religion. Marifatullah. Kenntnis gegenüber Allah zu haben. Aber wer hat heute Kenntnis über seinen Schöpfer? Wer weiß, was über seinen Herrn? Wer kann 20 Minuten ununterbrochen über seinen Herrn reden? So wie er über Fußballer reden kann, über Sänger reden kann, wie er über gewisse Themen in der Dunja sprechen kann. Wer kann 20 Minuten ohne Pause, ohne Stopp, über seinen Schöpfer sprechen? Was er alles kann? Seine Namen, seine Eigenschaften? Er hat uns geschaffen, ihm haben alles zu verdanken. Außer ihm gibt es keinen Schöpfer. Und von ihm hängt alles ab. Zu ihm werden wir zurückkehren. Das, was er uns beschert hat, den Iman, unsere Brust, den Glauben, dass wir an ihn glauben, das ist das Wertvollste, was es gibt. Die Menschen, Wallahi, die schützen alles auf dieser Dunja. Die schützen alles. Selbst Obst wird geschützt. Dass das nicht schlecht wird. Die verpacken es. Sie schauen, dass das Auto, dass da keine Kratzer draufkommt. Die stellen es in der Garage oder sie stellen es an einer sicheren Ortschaft. Sie passen auf ihre Häuser auf. Sie passen auf ihre Klamotten auf. Sie passen auf ihre Frasuren auf. Sie passen auf ihre Schuhe auf. Auf ihre Uhren. Auf alles. Was macht der Muslim, der das Wertvollste bekommen hat? Nichts Wertvolleres gibt es auf dieser Dunja als den Iman. Wie achtet der Muslim, der Muslim auf seinen Iman? Achtet man überhaupt darauf? Worauf schaut Allah bei seinem Diener? Die Menschen schauen auf das Äußere. Wir schauen, ob der Bruder ein Bart hat. Wir schauen, welches Auto derjenige fährt. Wir schauen, welches Haus er hat. Wie seine Frisur ist. Was er für Klamotten anhat. Wo schaut Allah bei seinem Abt hin? Allah schaut auf das Herd seines Dieners. Und Allah kennt das Innerste der Brüste. Und ihr kennt viele Verse aus dem Koran, wo Allah es immer wieder erwähnt. Und immer wieder erwähnt. Das ist für uns, liebe Geschwister, wenn er sagt, ich kenne das Innerste der Brüste. Er will damit auch sagen, er weiß, was wir tun. Er ist kundig dessen, was wir tun. Jeden Tag. Und liebe Geschwister, deswegen habe ich am Anfang gesagt, Aufrichtigkeit. Denn Alhamdulillah, heute sind wir stark. Heute sind wir zusammen. Aber wie ist das, wenn wir gleich die Moschee verlassen und nach Hause gehen und unseren vier Wänden alleine sind? Dann zeigt sich wahrer Iman. Dann zeigt sich Aufrichtigkeit gegenüber Allah. Bist du aufrichtig gegenüber Allah? Betest du deine Gebete fünfmal am Tag? Hast du Ahnung über die Religion? Hast du dir Wissen angeeignet über den Gesandten Allah? Hast du Wissen über den Islam? Mitbeweisen? Und handelst du danach? Oder haben wir einiges aufgeschnappt? Und wenn wir unter den Menschen sind, dann geben wir mit unseren Worten an. Aber wenn wir alleine sind, dann verfallen wir in Sünde? Jeder muss sich selber fragen, liebe Geschwister. Diese Themen, die wir hier, die wir heute mitgeben, die sind an uns selber gerichtet. Wir, wir ermahnen uns selber. So wie Salman al-Farsi zu Abu Darda gesagt hat, mein Bruder, lass uns eine Stunde hinsetzen und uns gegenseitig an Allah erinnern. Lass uns zusammen Allah fürchten. Wir haben uns hier getroffen, weil wir wollen gemeinsam Allah fürchten. Wir wollen unserem Schöpfer kennenlernen. Wir wollen, dass jeder von uns, der hier drin ist, egal wie alt er ist, wenn er rausgeht von diesen Vorträgen, dass er 20 Minuten über seine Religion sprechen kann. Wenn er es auch nicht über Allah kann, dass er 20 Minuten non-stop, über seine Religion sprechen kann. Ohne Zweifel. Mit Yaqeen. Liebe Geschwister, wie haben die unsere muslimischen Jugend angesteckt? Mit Fußball, mit Musik, mit Diskotheken, mit Rap, mit all diesen ganzen Sachen. Und die muslimischen Jugendlichen wollen das. Warum? Weil die repräsentieren das auf eine Art und Weise, dass man sagt, boah, ich möchte das auch. Ich möchte auch so sein. Ich möchte auch so rüberkommen bei den Menschen. Wieso repräsentieren wir nicht unsere Religion, was das Wertvollste ist. Der Art, dass die Menschen sagen, boah, ich möchte auch in den Islam. Ich möchte auch ein Muslim sein. Ich möchte mich auch so verhalten. Ich möchte auch so ein toller Mensch werden. Das ist das, liebe Geschwister. Heutzutage werden Sachen dargestellt, die niedrig sind. Wir haben eben kleine Kinder, unsere kleinen Brüder haben uns doch geantwortet, als der Bruder gesagt hat, wie gewisse Schauspieler und Sänger sind. Was nehmen sie? Nehmen Drogen, nehmen Alkohol, weil sie nicht mehr mit ihrem Leben zurechtkommen. Der Islam gibt uns viel mehr. Glück, wahre Glückseligkeit auf dieser Dunja und im nächsten Leben. Liebe Geschwister, du hast alles, alles, was du brauchst, wenn du Iman hast. Wallahi, hast du kein Geld? Hast du keine Gesundheit? Wenn du deine Brust gefüllt hast mit Iman, hast du alles, was du brauchst. Es gibt Querschnittsgelähmte in unserer Ummah, die lachen, die sind fröhlicher wie wir. Wisst ihr warum? Weil ihre Brust voll ist mit Iman, mit Glauben an Allah. Mit Glauben an Allah, sie sind überzeugt von Allah und seiner Religion, sie sind überzeugt mit dem Treffen an Allah. Sie wissen, dass das eine niedrige Welt ist und dass alles am Ende vorbeigehen wird. Wie ein Augenblick wird es sein. Ein Augenblick, das ist so, als ob du gar nicht gelebt hast hier. Vorbei, khalas. Wie alt bist du, egal wie jung oder wie alt du jetzt auch hier bist? Wie schnell sind die Jahre vergangen? Und die restlichen Jahre, die wir auch noch haben, die werden genauso schnell vergehen. Und dann stehst du auf einmal vor deinem Schöpfer. Für was hast du dich abgemüht? Dein Herr wird uns fragen, für was hast du gemacht hier? Was hast du dir ermanet? Den Iman, den Allah dir gewährt hat, hast du ihn zu schätzen gewusst? Hast du dich angestrengt? Hast du dich aufgeopfert für Allah? Er hat uns erschaffen. Er versorgt uns tagtäglich. Er, wer ist es, der uns helfen kann, wenn wir, wenn wir krank sind? Wer kann uns helfen, wenn wir krank sind? Kann der Doktor helfen? Oh, der ist ein Mittel. Er ist ein Mittel, den Allah uns zur Verfügung gestellt hat. Aber von wem kommt die wahre Heilung? Einzig und allein von Allah. Einzig und allein von Allah. Wenn es dir schlecht geht, wer kann den Kummer aus deiner Brust wegnehmen? Nenn mir jemanden, der wegnehmen kann. Der Psychologe, er ist ein Mittel. Er ist ein Psychologe, der Psychologe ist ein Mittel. Der Bruder, die Schwester, die mit dir redet, der ist ein Mittel. Wer nimmt den Kummer von der Brust? Wer macht die Brust wieder frei? Wer macht sie weit? Allah. Nur Allah, einzig und alleine. Auf wen vertrauen die Menschen heutzutage? Wem laufen die Menschen hinterher? Den Menschen. Sie laufen dem hinterher, der sie nicht geschaffen hat, sondern selber geschaffen ist. Schau mal, wie niedrig. Sie erniedrigen sich selber. Und die Menschen draußen, die uns sehen, uns vielleicht auslachen, aufgrund unserer Religion. Die haben nicht verstanden, wie edel unsere Religion ist. Wenn sie uns niederwerfen sehen und sagen, guck mal, wie niederträchtig sie sind. Sie verbeugen sich und werfen sich auf den Boden nieder mit ihrer Stirn. Weil sie nicht verstanden haben, dass das eine Ehre ist, sich überhaupt vor Allah niederwerfen zu dürfen. Und erniedrigen sich vor Mahlukat. Die erniedrigen sich vor Menschen, vor Geschöpfen, vor Wesen, die selber geschaffen sind. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist Axt. Das ist total. Das ist genau das Gegenteil. Das ist genau. Und das ist keine, das ist keine Erniedrigung. Das ist keine Erniedrigung. Das ist eine Erhöhung. Du musst froh sein, wenn du diese Worte wahrnehmen darfst. Du musst froh sein, wenn du einer der Mowahidun sein darfst. Wenn du einer zu denen gehören darfst, die dem Islam angehören. Das ist eine Glückseligkeit, liebe Geschwister, die die Menschen nicht jedem hier auf dieser Erde zuteil wird. Nicht jeder kommt in diesen Geschmack. Und wenn du in diesen Geschmack kommst und immer, du willst sie nie mehr verlieren. Du willst sie nie mehr verlieren. Die Menschen rennen Glückseligkeit hinterher. Sie trinken. Sie trinken viel Alkohol. Sie nehmen Drogen. Sie rauchen Zigaretten, um über gewisse Probleme hinweg zu sehen. Um den Kummer zu verlieren. Und danach, wie geht es ihnen danach? Ihnen geht es danach noch schlechter. Und wenn sie berauscht sind, das ist nur eine kurze Zeitspanne. Eine kurze Zeitspanne, in der sie Geld ausgegeben haben, in der sie Zeit investiert haben. Und danach wachen sie mit dem Kater auf, haben weniger gelten in ihrem Portemonnaie und es geht ihnen schlechter als vorher. Aber die wahre Glückseligkeit findest du wo? Im Glauben an Allah. Er hat uns erschaffen, liebe Geschwister. Er weiß, was für uns gut ist. Ihr müsst kein Bruder und keine Schwester auf dieser Dunja denken, dass irgendetwas, was uns auffällig worden ist, dass es schlecht für uns ist. Wallahi, alles. Aber auch alles ist für den Diener selber. Allah ist unserer nicht bedürftig. Er ist unserer nicht bedürftig. Und alles, was wir machen müssen, ist zu unserem eigenen Vorteil. In der Religion. Es gibt nichts, wo wir, Allah subhanahu wa ta'ala, sein Reichtum dadurch mehren könnten. Es gibt nichts, wo wir ihn dadurch stärken könnten oder sonstiges. Sondern es ist einzig und allein für den Diener selber. Er liebt uns, liebe Geschwister. Es gibt so viele Verse. Es gibt so viele Verse, wo er darauf eingeht. Und schaut mal, betrachtet den Koran. 113 Suren von 114 Suren. Wie fangen sie an? Im Namen Allahs des Allabamas des Barmherzigen. Seht ihr diese Liebe? Seht ihr diese Liebe gegenüber seiner Schöpfung? Er könnte auch mit anderen Namen anfangen, diese 113 Suren. Aber 113 Mal sagt er selber, im Namen Allahs des Allabamas des Barmherzigen. Das ist der barmherzigste Allabarmherzigen, liebe Geschwister. Er hat sich seine Barmherzigkeit selber über seinen Zorn. Hat er sich selber sozusagen auferlegt. Also der hat, könnt ihr euch das vorstellen? Die Barmherzigkeit überwiegt seinen Zorn. Allahu Akbar. Und wem kommt das zuteil? Uns. Uns, liebe Geschwister. Und wie viel Prozent ist hier auf dieser Dunja von seiner Barmherzigkeit? Ein Prozent. Und er hat das Paradies erschaffen. Für wen? Für seine Diener. 99 Prozent kommen drauf. Allahu Akbar. 99 Prozent. Eine unvorstellbare, ein unvorstellbarer Ort, der so schön sein wird. Dort wird man niemals traurig sein. Dort wird man niemals weggehen wollen. Liebe Geschwister, das ist der Ort, den wir anstreben. Das ist der Ort, wo wir unseren Schöpfer beindelt treffen werden. Seht ihr diese Liebe? Seht ihr diese Liebe? Er will nicht diese niedere Welt für uns. Er will nicht, dass wir hier glücklich sind. Er will nicht, dass wir uns hier sesshaft machen. Er will, dass wir zufrieden sind mit ihm und dass wir auf das nächste Leben pochen, dass wir uns anstrengen und abmühen, dass wir, wie er die Gläubigen im Koran, wie er sie beschreibt, dass sie wetteifern, dass sie wettstreiten. Um was? Um Jenner, liebe Geschwister. Um das Paradies. Um die wahre Jenner sollen wir wetteifern. Diese Tage werden vergehen. Und hier gibt es Höhen und Tiefen. Wie der Bruder gesagt hat, der Iman, der sinkt und steigt. Es ist keine Konstanz. Hier gibt es keine Konstanz. Aber wir sollten alles dran setzen. Wir sollten alles dran setzen, dass wir ständig versuchen, in Gehorsamkeit zu leben. Wir werden es nicht schaffen. Wir werden Sünden begehen. Allah hat uns so geschaffen. Er hat uns so geschaffen, dass wir immer wieder Sünden begehen werden. Und schaut mal, liebe Geschwister, ist das nicht eine Barmherzigkeit von Allah, dass er seinen reugen Diener liebt? Es gibt Verse im Koran, wo er es selber sagt, dass er denjenigen, der reug umkehrt, dass er ihn liebt. Allahu Akbar. Er liebt den reug umkehrt. Du hast gerade gesündigt. Du hast gerade gesündigt. Und du drehst, du wendest dich wieder zurück zu Allah. Und er ist damit zufrieden. Und er liebt den reug umkehrenden. Allahu Akbar. Was ist das für ein Schöpfer? Was ist das für ein Herr? Was ist das für eine Barmherzigkeit, die wir begreifen müssen? Wir müssen unseren zu tun haben. Wenn du eine gute Tat beabsichtigst und sie nicht umsetzt, kriegst du dennoch für die Absicht, hast eine Hassanet gutgeschrieben, eine gute Tat gutgeschrieben. Und wenn du etwas Schlechtes beabsichtigst, liebe Geschwister, schaut mal, Allahu Akbar, wenn du etwas Schlechtes beabsichtigst und du unterlässt die schlechte Tat, dann kriegst du auch eine gute Tat aufgeschrieben. Und setzt du sie um, setzt du sie um, wird der Engel auf der linken Seite nicht direkt anfangen zu schreiben. Schaut euch die Barmherzigkeit von Allah an. Er wartet. Er wartet. Denn es kann sein, dass sein Diener noch reuig wird. Dass er noch bereut. Er will nicht direkt das Schlechte für uns. Das wird nicht direkt niedergeschrieben. Könnt ihr euch das vorstellen? Du hast gerade gesündigt. Aber der Engel auf der linken Seite, der schreibt nicht direkt nieder. Er schreibt nicht direkt nieder. Warum? Weil Allah der barmherzigste aller Barmherzigen ist. Er will nicht das Schlechte für uns. Er will, dass wir bereuen. Er will, dass wir zu ihm zurückkehren. Damit diese schlechte Tat gar nicht erst niedergeschrieben wird. Was sagt Allah SWT auch im Koran? So wird Allah ein Volk hervorbringen, dass er liebt und dass ihn liebt. Seine Liebe kommt vor unsere Liebe, liebe Geschwister. Dass er liebt und dass ihn liebt. Allahu Akbar. Seht ihr diese Barmherzigkeit? Was? Allah zuerst? Hat er es nötig? Braucht er uns? Nein. Aber er ist so barmherzig. Er ist der barmherzigste aller Barmherzig. Wir müssen unseren Herrn verstehen, wie barmherzig er ist. Er ist nicht zu vergleichen mit Menschen. Schaut mal Ali im Abitale. Er hat gesagt, wenn man ihn fragen würde, wer abbrechen soll am Tag des Gerichts? Seine Eltern. Oder Allah. Er hat gesagt, er würde niemals wollen, dass seine Eltern für ihn abbrechen. Er würde es ablehnen. Warum? Weil Allah Al-Wadud ist. Weil Allah Ar-Rahman ist. Ar-Rahim ist. Weil er der Liebevolle ist. Der Barmherzige ist. Er will von ihm die Abrechnung. Nicht mal seine eigenen Eltern können ihm das wünschen und das geben, was Allah SWT für ihn vorbereitet hat. Allahu Akbar. Schaut mal dieses Verständnis von dem Salaf. Radiallahu anhum. Dieses edle Verständnis von Allah. Die haben verstanden, dass Allah SWT der barmherzigste ist. Und wir sind zufrieden mit seiner Abrechnung. Wer würde sich nicht entscheiden für seine Eltern? In dem man dann in Sicherheit ist. Und man weiß ganz genau, die Eltern wollen für ein etwas Gutes. Aber Ali im Abitale, Radiallahu anhum. Wen wählt er? Er wählt Allah. Weil er seinen Schöpfer kannte. Er hat ihn gekannt, nicht mit den Wurten. Nicht nur einfach dahergesagt, sondern er hat es verinnerlicht und er hat es umgesetzt in den Taten. Und er hat ihn wahrhaftig geliebt. Er hat ihn wahrhaftig für seine Barmherzigkeit geliebt. Und das ist das, liebe Geschwister. Wir müssen anfangen, bevor wir mit gewissen Dingen in der Religion anfangen, müssen wir anfangen, ehrlich zu sein gegenüber Allah. Ehrlich gegenüber Allah. Wir können uns selber belügen. Wir können uns selber betrügen. Das weiß man. Jeder weiß, dass da sowas etwas geht. Man kann die Menschen auch hintergehen. Man kann etwas falsch machen. Aber wir sollten niemals, wir sollten niemals unaufrichtig gegenüber Allah sein. Wenn wir etwas machen, sollten wir es wirklich fieser wie Allah machen. Vom vollen Herzen, mit Liebe gegenüber Allah. Liebe Geschwister, deshalb sollten wir unsere Gottesdienste, unsere Ibadat, sollten wir nicht einfach nur auf Furcht aufbauen. Es ist ein Teil. Es ist hoffen und bangen. Aber vielmehr sollte die Grundlage zu der Beziehung zu Allah sein, was? Liebe. Dass du das, was du machst, aus Liebe machst. Dass du deinen Schöpfer liebst. Dadurch wirst du dich auch mit viel mehr Hingabe zu den Taten begeben. Dann wirst du nicht einfach nur sagen, ich muss beten, sonst komme ich in die Hölle. Dass man immer so denkt. Sondern dass man vielmehr die ganzen Vorzüge daraus nimmt. Dass man merkt, subhanallah, was habe ich für einen Nutzen. Dass du das mit einer ganz anderen Einstellung machst. Denn derjenige, der Allah richtig liebt, der wird seine Taten anders angehen. Wie ist das, wenn man einen Menschen liebt? Wie ist das, wenn wir unsere Kinder lieben? Wenn wir unsere Frauen lieben? Wenn wir Dinge auf dieser Dunja lieben? Wenn wir etwas verlieren, was wir lieben? Spüren wir diese Liebe gegenüber Allah. Wir wissen, wen haben wir am meisten zu lieben? Den Schöpfer. Allah. Und dann nach dem Gesandten Allah vor uns selber, vor unseren Eltern, vor unseren Kindern, vor unserem Besitz. Aber ist es auch in der Tat so? Deswegen sage ich, Ehrlichkeit gegenüber Allah. Reden können wir alle. Ich kann mich hier vorne hinsetzen und reden. Diese Worte gehen als alle erst an mich. Dass man wirklich ehrlich und aufricht gegenüber Allah ist, dass man ihn wahrhaftig liebt. Ich habe euch gerade das Beispiel gegeben, wenn du etwas verlierst, was du liebst, was dir wertvoll ist, dann spürst du diesen Schmerz, dass du dein Portemonnaie verloren hast, dass du deine Arbeit verloren hast, dass du jemanden liebenden, der gelebt hat, der gestorben ist, dass du ihn verloren hast. Du trauerst. Wie ist das, wenn dein Iman, wenn er von deiner Brust weggeht, wenn er entnommen wird? Verspürst du da auch? Verspürst du auch, dass du gerade in einer schlimmen Situation bist, dass du dich Allah entfernt hast? Liebe Geschwister, wenn Allah jemanden liebt, was macht? Er schaut mal die Liebe von Allah. Wenn er jemanden liebt, ruft er Jibril. Er ruft Jibril a.s. Könnt ihr euch das vorstellen? Manche Menschen, die trauen sich vielleicht nicht zu den Menschen zu sagen, dass sie ihren Schöpfer lieben. Er ruft Jibril a.s. und sagt zu ihm, Jibril, ich liebe Mohammed, ich liebe Abdullah. Er nennt den Namen und er sagt Jibril, wen er liebt. Und es kann sein, dass gerade einer unter uns hier sitzt oder mehrere, die hier gerade anwesend sind, deren Name im Himmel ausgerufen wird bei Allah a.s. und er ruft Jibril und sagt, ich liebe den so und so. So liebe du ihn auch. Und was macht Jibril danach? Er geht dann zu den Himmelbewohnern und ruft den Namen desjenigen aus, den er liebt. Dann sagt, Allah liebt den so und so. Ich liebe ihn auch, so liebt ihn auch. Könnt ihr euch das vorstellen? Allah verkündet die Liebe seines Dieners im Himmel bei besseren Kreisen als unseren Kreisen, liebe Geschwister? Und wer gibt seine Liebe gegenüber Allah hier auf dieser Erde kund? Wer traut sich zu sagen unter den Menschen in gewissen Momenten, ich liebe Allah? Vielleicht denkt der ein oder andere, boah, wenn ich das jetzt sage, dann werden die Menschen denken, ich hab's nicht mehr alle. Aber Allah, wenn er seinen Diener liebt, der erwähnt dich bei den besten Geschöpfen. Er erwähnt dich bei Jibril a.s. Könnt ihr euch das vorstellen? Allah, was für eine Ehre. Was für eine Ehre, liebe Geschwister. Möge Allah, subhanahu wa ta'ala, uns dies zuteilwerden lassen. Allah, subhanahu wa ta'ala, sagt unter anderem auch im Koran, dass er, wie ich eben schon gesagt habe, die Reugumkehrenden liebt. Er liebt die sich Reinigenden. Allah, subhanahu wa ta'ala, liebt die Gut Handelnden. Allah, subhanahu wa ta'ala, liebt ja die Gottesfürchtigen und Allah liebt ja die gerecht Handelnden. Liebe Geschwister, wenn wir wollen, dass Allah uns liebt, dann sollten wir diese Eigenschaften ernst nehmen und versuchen umzusetzen. Wir sollten nicht lange warten. Bei gewissen Dingen sollte man nicht lange warten. Schaut mal, es gibt die Menschen, die, wenn die in gewissen Momenten Sünden begehen können, sie wollen keine Sekunde verstreichen, um diese Sünde umzusetzen. Wie ist es dann, wenn man Allah, subhanahu wa ta'ala, das Liebe erlangen will, sollte man dann warten? Schaut mal, wie der Schaitan uns da immer warten lässt und sagt, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr werde ich mich ändern. Subhanallah, die Gedanken vom Schaitan, wie der uns einflüstert und uns abhalten will vom Guten. Aber beim Schlechten, komm, mach schnell, mach schnell, das schaffst du da recht nie wieder. Vielleicht kannst du nie wieder so etwas machen. Vielleicht ist das deine letzte Chance. Ja, der macht das so schön. Der schmückt das so schön aus. Und man begeht das vielleicht ruckzuck. Und bei der Reue und bei der Gottesfurcht und bei dem sich reinigen und bei dem gut handeln, lässt man sich vielleicht sehr viel Zeit. Und Allah, subhanahu wa ta'ala, wie sehr liebt er seinen Diener? Er sagt, schaut euch das mal an. Betrachte doch den folgenden Hadith und sieh, was geschieht, wenn Allah einen Menschen liebt. Allah, der segensreich und erhabene, spricht mit Hadith Kutsi. Wer einen mir nahestehenden anfeindet, den habe ich bereits den Krieg erklärt. Allahu Akbar. Wen braucht man, wenn Allah, subhanahu wa ta'ala, mit seinem Diener ist? Sag mir, wen braucht man? Braucht man irgendeinen Präsidenten? Braucht man viel Reichtum? Braucht man eine große Armee? Wen braucht man? Allah sagt, wer meinen Diener anfeindet, der hat mir den Krieg erklärt. Allahu Akbar. Ist uns bewusst, wie sehr Allah seinen Diener liebt? Was das überhaupt bedeutet, wenn du der Diener Allahs bist? Wird uns bewusst die Wertstellung eines Muslims? Liebe Geschwister, ich habe euch am Anfang des Vortrags gesagt, schaut auf die Straße, macht die Augen auf, schaut die Realität. Die Menschen lassen sich heute einer nach dem anderen umoperieren. Das wird heute normal. Vor 20 Jahren ist das so gekippt, dass Homosexualität normal geworden ist. Heute wird normal was? Dass die Menschen sich umoperieren. Und was ist immer noch unnormal? Was ist immer noch unnormal in der Gesellschaft? Der Muqmin, der Buwahid, der ist immer noch unnormal. Warum? Weil du dich dem Schöpfer ergibst. Weil du dich dem, der dich erschaffen hat, ergibst. Weil du sagst, la ilaha illallah muhammed rasulullah. Schaut mal, die wollen das als unnormal darstellen. Man muss normalerweise jedem vom Herzen gratulieren. Wallahi, derjenige in dieser Endzeit, in dieser schlimmen Zeit, wo so viele Fetern draußen herrschen, muss man denjenigen gratulieren. Man kann denjenigen sogar so gratulieren, dass man ihn auf die Stirn küsst. Weil er werft sich vor Allah nieder. In so einer Zeit, subhanallah, wo die Menschen alles Mögliche machen. Alles Mögliche. Aber sie glauben nicht an Allah. Sie werfen sich nicht vor Allah nieder. Und wie ist das dann mit denjenigen, die sich hier für Allah treffen? Stellt euch mal vor, wenn wir uns ja alle barmherzig miteinander, wenn wir barmherzig miteinander umgehen würden. Und wir sagen würden, boah, Assalamu alaikum, mein Bruder, ich freue mich so sehr, dich heute hier zu sehen. Das ist so schön, ich habe dich vermisst. Derjenige, der sowas gesagt bekommt in die Moschee, der was kriegt er? Er kriegt einen Drang, weiter in die Moschee zu bekommen. Er kriegt ein Verlangen nach der Moschee. Aber wo gibt man das heute den Menschen? In Häusern des Schaitans. Ja, man gibt das in Diskotheken, den Leuten gibt man vielleicht mehr Aufmerksamkeit und mehr Respekt, als dort, wo es eigentlich sein sollte. Dort, wo jemand das Anrecht hat, vernünftig behandelt zu werden, liebevoll behandelt zu werden. Stattdessen wird es in Räumlichkeiten gemacht, wo Alkohol geflossen wird. Wo Alkohol fließt, wo Musik abgespielt wird. Wo getanzt wird. Wo Männer und Frauen sich mischen. Nur man bereit ist für seinen Freund, ich rede nicht von einem Bruder, für seinen Freund eine Flasche auf den Kopf zu bekommen und am nächsten Tag geht man wieder gemeinsam dahin. Wo ist denn hier unsere Brüderlichkeit, liebe Geschwister? Wir haben alle Fehler. Kullu ibn Adam, Khatam. Jeder Sohn Adams hat Fehler. Wir sollen nicht hier unter uns bei diesen paar Leuten, die diese paar Leute praktizieren und ein paar wenige, die heute nicht kommen konnten. Sollten wir nicht die Fehler suchen. Wir sollten uns vom Herzen, sollten uns gewisse Ratschläge, sollten wir uns mitgeben, damit wir besser werden. Natürlich. Aber wir sollten nicht die Fehler suchen. Denn die Fehler, wer die da auf der Straße nicht sieht, der läuft wallahi blind über die Straßen. Der sieht, der sieht, der sieht, der sieht wirklich, der sieht vor lauter Bäumen sieht er den Wald nicht mehr. Ja, weil da, was da draußen, was da alles los ist, was jeden Tag passiert und dass neben uns Drogen, die da leben, dass neben uns Prostituierte leben, dass hier so viel Schmutz und Dreckiges um uns herum ist und man nimmt das nicht wahr und man findet Fehler in Messages, da weiß ich nicht, was man mitnimmt. Ich weiß nicht, was man mitnimmt. Wir sind hier nicht in Medina. Dass man wirklich auf die Feinheiten, auf die Sunnen ins Detail achtet. Es ist schön, es ist besser, aber die meisten haben Probleme an ihrem Gebet festzuhalten. Die meisten wissen nicht, die Bedingungen von La ilaha illallah. Die meisten, die wissen nicht, wer ihr Schöpfer wirklich ist, wie ich eben gesagt habe. Allah au alam, fünf Minuten, wer über seinen Herrn sprechen kann. Allah au alam, wer die Schahada übersetzen kann auf Deutsch. Die zwei, die Schahada tayin, die zwei Sätze, wer das sagen kann. Das ist der wahre Zustand, liebe Geschwister. Wir leben in einer kritischen Zeit, wo man wirkt. Deswegen sage ich, küsse denjenigen auf die Stirn, damit er ein glücklicher Muslim ist, damit er ein stolzer Muslim ist, damit er seinen Kopf hebt, damit er weiß, was es bedeutet, Muslim zu sein. Und sagt nicht, warum machst du so, warum machst du dies, warum machst du das und am Ende, zack, geht er wieder in die Disco. Hat er keine Lust auf uns und auf die Moschee, weil er satt hat. Er hat satt, so niedrig behandelt zu werden. Dabei ist doch Allah derjenige, der die ganze Zeit barmherzig mit uns ist. Er ist die ganze Zeit barmherzig. Wir sündigen und sündigen und sündigen. Und er lässt die Barmherzigkeit von sich über uns kommen. Die ganze Zeit. Sicherlich über die Allah nahestehenden soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Und wer sind diese? Diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind. Das sind die Allah nahestehenden. Was bedeutet das, dass ich gottesfürchtig sein muss? Dass ich keinen einzigen Fehler mache? Nein, das bedeutet das nicht. Nein, dass du in deinem Leben darin überwiegst und danach strebst, Allah Folge zu leisten, ihm gegenüber, nicht ungehorsam zu sein. Wenn du so bist, was geschieht dann mit dem, der dich anfeindet? Allah erklärt ihm den Krieg. Schau doch, wie sehr er dich liebt. Seht ihr diese Liebe? Wenn du der Diener Allahs bist und dich feindet jemand an, Allah erklärt demjenigen den Krieg. Allahu Akbar. Dann gibt es diesen Hadith, liebe Geschwister, ihr kennt ihn bestimmt. Dass der Diener Allahs sich mit nichts nähert, was Allah lieber ist, als die Pflichten. Das, was Allah uns zu verpflichten gemacht hat. Und wir nähern uns Allah mit nichts anderem, wodurch wir seine Liebe erreichen, außer dadurch, dass wir noch zusätzliche Taten begehen. Dass wir noch zusätzliche gute Taten begehen. Dass wir Sunnah machen, dass wir den Propheten befolgen, den Dingen, die nicht verpflichtend sind. Liebe Geschwister, habt ihr verstanden? Denn bis Allah uns dann liebt. Wir nähern uns ihm nicht mit etwas, was besser ist, als die Pflichten. Und wir schmücken das aus, durch die zusätzlichen gottesdienstlichen Handlungen. Bis er uns liebt. Und jetzt kommt der Höhepunkt, liebe Geschwister. Und wenn wir dies erreichen, dass er uns liebt, was passiert dann? Und mein Diener fährt fort. Das Fährt fort hängt von jedem und seiner Tüchtigkeit ab. Und mein Diener fährt fort, sich mir durch zusätzliche Frömmigkeit zu nähern. Bis Allah subhanahu wa ta'ala ihn liebt. Und was passiert, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn liebt? Schau, was dann passiert, mein Bruder, meine Schwester. Wenn du diese Stufe Allahs erklommen hast, und wenn ich ihn liebe, bin ich sein Hören. Könnt ihr euch das vorstellen? Allah, was passiert hier diese Barmärzigkeit von Allah? Er sagt, dann bist du mein Hörer. Dann bin ich sein Hörer. Mit dem er hört. Er lässt dich nur Erlaubtes hören, nur Schönes. Und wenn du Unerlaubtes hörst, lässt er es gleich aus deinem Ohr verschwinden. Und wenn er es nicht verschwinden lässt, lässt er dich davon profitieren, dass du die Fehler der Unrechthandelnden erkennst und sie selbst nicht machst. Schaut mal, seht ihr, wie schön das ist? Könnt ihr euch das vorstellen? Allah sagt, wenn er euch liebt, dann ist er euer Gehör, liebe Geschwister. Allahu Akbar. Und es geht weiter. Stell dir vor, wie es ist, wenn Allah dein Sehen ist. Weil danach geht es weiter mit dem Sehen, mit dem du erblickst. Und es geht immer noch weiter, liebe Geschwister. Mit der Hand, mit der du zupackst. Könnt ihr euch das vorstellen? Das heißt, du bist im Endeffekt geschützt von Allah. Alles, was du tust, wird dann mit Barakah sein. Er wird dich nur mit guten Menschen umgeben. Das ist ein Segen. Mit gottesfürchtigen Menschen darf nicht jeder sein. Genauso, wie nicht jeder mit Prominenten sein darf, ja, unter den Kuffar, wo die denken, das ist ein Segen, das ist etwas Besonderes. Und die holen sich Autogramme und die sind stolz und die präsentieren, darf ich ein Foto machen, ich möchte mit dir gezeigt werden. Genauso darf nicht jeder mit einem Gottesfürchtigen, mit einem Muqmin, mit einem Muqsin zusammen sein, mit einem Mujahid. Das sind ehrenwerte Menschen, liebe Geschwister. Das sind ehrenwerte Menschen. Wer durfte um den Gesandten Allah herum sein? Die besten Menschen, die Sahaba. Das war eine Auszeichnung. Eine Auszeichnung, dass diese Menschen um die Propheten herum waren. Ja, allgemein die Gefährten von den Propheten. Das war eine Auszeichnung. Und wer heute mit einem Muqmin sein darf, ist auch eine Auszeichnung. Es ist mehr und tausendmal besser, millionenmal besser, als mit jeglichem Käfir, der irgendwie berühmt ist. Und es alles vergehen wird. Und am Tage des Gerichts wird er sich wünschen, zurückzukehren auf diese Dunja, egal wer er gewesen ist, egal wie viel er besessen hat. Er wird sich wünschen, auf diese Dunja zurückzukehren und noch einmal eine Chance zu bekommen. Aber nun haben wir nur die Chance, jetzt wo wir leben, nicht wenn es vorbei ist. Nach dem Tod, Chalas, gibt es kein Zurück mehr. Gibt es kein Zurück mehr. Es gab Sahaba, mit denen war Allah so zufrieden und die wurden gefragt, nach dem Tod direkt, was sie sich wünschen. Und einer hat gesagt, ich wünsche mir nochmal zurückzukommen auf diese Erde. Und Allah hat gesagt, das geht nicht. Das habe ich keinen meiner Diener. Keinen meiner Diener, der den Tod, der gestorben ist, werde ich das gewähren, dass er nochmal hier auf diese Dunja zurückkehrt. Aber danach hat er offenbart, dass diejenigen, die auf dem Wege Allahs gekämpft haben und gefallen sind, dass sie nicht tot sind. Er hat danach diesen Vers offenbart. Sagt nicht, sie seien tot, denn sie sind lebendig bei Allah. Liebe Geschwister, wenn unsere Seele aus unserem Körper rauskommt, wenn wir gläubig sind, möge Allah uns als Gläubige sterben lassen. Und möge Allah unsere letzten Taten die besten sein lassen. Wenn unsere Seele dann entnommen wird, danach, du musst dir keine Gedanken mehr machen, und weder um Tochter, noch um deine Mutter, noch um deine Frau, noch um deinen Vater, um sonst jemanden. Du wirst in einem Zustand der Wunde sein. Du wirst zufrieden sein. Du wirst einen Anblick haben, den du noch niemals wahrgenommen hast. Du wirst Düfte riechen, die du noch niemals gerochen hast. Du wirst ein Gefühl in deiner Brust haben, das du noch niemals gehabt hast. Voller Glückseligkeit. Es gibt kein Trauer und Kummer mehr. Deine Gedanken, die du jetzt besitzt, unseren mickrigen Verstand, das wird das alles vorbei sein. Du wirst dieses Denken von hier nicht mehr haben. Du wirst dieses Hinterhereifern von dieser Dunja nicht mehr haben. Alles, was wir hier angestrebt haben, was uns nicht weiterbringt, wird auf einmal aus unserer Brust entfernt. Und wir werden dann nur noch glückselig sein. Das ist der wahre Erfolg. Das ist der wahre Erfolg. Das ist das, was ein Gläubiger anstrebt. Warum gab es so viele Sahaba, die direkt gerannt sind ins Schlachtfeld? Die wollten den Tod. Die wollten den Tod. Wie viele Schlachten hat er für den Islam gemacht? Wie viele Schlachten hat er ausgeführt? Und wo ist er am Ende gestorben? Im Bett. Aber er wollte unbedingt im Schlachtfeld sterben. Und so viele Sahaba. Warum? Weil sie wussten, für wen sie unterwegs sind. Liebe Geschwister, weißt du, wisst ihr nur, wen ihr dient? Sie wussten, für wen sie in den Krieg ziehen. Für wen sie kämpfen. Wisst ihr, wen ihr dient? Seid ihr euch bewusst, vor wem ihr euch aufstellt? Wenn ihr sagt, Allahu Akbar. Vor wem du gerade stehst? Ist dir bewusst, was du gerade rezitierst? Ist dir bewusst, wo du gerade deinen Blick, wo du gerade deinen Blick hinwirfst? Vor wem du stehst? Auch wenn du ihn nicht siehst. So sieht Allah dich doch. Und Allah ist unsere Unbedürftigkeit. Glaub mir, wenn wir Allah erkennen, wenn wir wissen, wer Allah ist, wenn wir uns mit den Namen, Eigenschaften, Allahs, wenn wir uns damit auseinandersetzen, das steigt einmal in unseren Iman. Und es wird die Demut, es wird die Demut mehren. Es wird die Gottesfurcht mehren. Es wird den Hunger, du wirst einen Hunger verspüren, einen seelischen Durst, wirst du verspüren, dass du immer mehr wissen willst, immer mehr Koran rezitieren, immer mehr Koran lesen, immer mehr lernen. Weil du wirst auf einmal nicht gesättigt. Du kriegst nicht genug. Genauso wie wir jetzt hier in dieser Runde, wo wir die ganze Zeit über Allah und seinen Gesandten reden können und wir sagen, wir können weiter und weiter und weiter und am liebsten kein Ende finden wollen. Genauso ist das, wenn du die Stufe des Iman erreichst. Wenn du in die Stufe des Iman bekommst, kriegst du, kriegst du nicht genug. Du willst nicht mal aufhören. Morgen fahren wir wieder nach Hause, biiznillah. Und dann ist das hier wieder vorbei und dann wird es Tage geben unter der Woche, wo wir uns wünschen werden. Wir werden uns wünschen, Wallahi, wir werden uns wünschen, wieder solche Tage zu haben. Wir werden sehnsüchtig auf solche Tage warten, weil wir werden alle dann wieder geprüft, im alltäglichen Leben, in der Schule, auf der Arbeit, zu Hause, auf der Straße, im Einkaufsmarkt. Dann kommt die Realität wieder und dann wirst du dich an diese Momenten hier erinnern und du wirst wünschen, so einen Moment nochmal zu spüren, nochmal nochmal mit deinen Brüdern zusammen zu kommen, nochmal diese Mehebba wahrzunehmen. Denn dort draußen nimmt man diese eisige Kälte wahr. Es kann 40 Grad in diesem Land sein. Aber was man hier für empfindet, das ist viel Kälte, viel Kaltes. Das kriegst du da draußen nicht. Das, was hier gerade, was wir hier durch uns nur so zusammenkommen, selbst wenn wir nur eine Pizza jetzt zusammen essen und dabei sagen, Bismillah, und mal ein Hadith erwähnen oder ein Vers aus dem Koran, dass wir uns sehen, dass wir sagen, Assalamu alaikum, unser Iman steigt. Allahu akbar. Schau dir diese Baraka an. Schau dir diese Baraka an. Gestern haben wir uns mit unseren Brüdern getroffen und wir haben ein bisschen gegrillt und das war eine kleine Gruppe. Und zwei Brüder sagen zu mir, boah, das war so schön. Ich konnte nicht genug davon bekommen. Das hat so gut getan. Es wurde nicht viel unterrichtet, es wurde nicht viel geredet. Einfach das Zusammenkommen, für wen? Für Allah. Für Allah speisen, für Allah zusammensitzen, zusammen lachen, das bringt unsere Herzen, Alhamdulillah, wieder zum Blühen. Und das brauchen wir gerade in dieser schweren Zeit. Gerade in dieser schweren Zeit. Denn unsere Umma, die durchläuft gerade eine sehr, sehr schwierige Phase. Egal, wo du hingehst. Egal, wo du dich auch hinbegibst. Denn diese ganzen technologischen Fortschritte, die haben uns mehr Schaden zugefügt als Nutz. Denn wir sind keine, die meisten von uns sind keine, keine Leute, die so richtig strebsam sind. Wir haben zwar alles auf CDs, wir haben alles im Computer, wir haben alles im iPhone, im iPod, hast du nicht gesehen, in so vielen Mitteln, haben wir tausende von Büchern, Bänder und und und, aber wir wissen es nicht zu nutzen. Unsere Vorfahren hatten damals die ganzen technologischen Fortschritte nicht. Und die hatten mehr Illen, die haben mehr aufgenommen, die hatten mehr Gottesforschung, die hatten mehr Demut, die hatten mehr Bereitschaft zu opfern, zu reisen, weil sie verstanden haben. Und das ist auch viel Ablenkung. Möge all das Fahnen uns dementsprechend auch abbrechen, weil mich selber lenkt das auch ab. Jeden von uns, jeden von uns. Du willst zum Beispiel ins Internet mit einer guten Nier, aber irgendetwas siehst du vielleicht, was schlecht ist. Oder irgendetwas kommt, was dich dann ablenkt. Du spielst ein Spiel und du wolltest noch eine halbe Stunde rein, am Ende bist du drei Stunden da drin. Das ist diese heutige Zeit, wo viel Zeit einfach so verloren geht. Einfach so viel Nutzloses. Aber wenn du ein Buch in die Hand nimmst, mit derselben Zeit, drei Stunden, aber was die meisten von uns nicht schaffen, wenn du drei Stunden diese Zeit investieren würdest in den Koran, du wirst merken, welche Zeit du verplempert hast. Wie viel Zeit du auf dieser Dunja verloren hast, mit unnützigem Zeug. Und wie gut sie das auf einmal tut, um das Buch Allahs reinzuschauen. Und wie auf einmal dein Herz sich rührt vor Demut, weil es einem gut tut, weil es deine Seele verlangt. Sie hat Durst danach. Mach was? Nach den Worten Allahs. Mehr als dem, was von den Menschen ist oder was du vielleicht auch von Nutzen mitnehmen kannst von woanders, liebe Geschwister. Die Gelehrten sagen etwas sehr Schönes. Sie sagen, es ist nicht verwunderlich, wenn ein Diener sich seinem Herrn in Liebe zu nähern sucht. Wenn der Diener sich seinem Herrn zu nähern sucht, ist nichts verwunderliches. Aber es ist erstaunlich und wunderbar, wenn der König sich seinem Diener in Liebe zu nähern sucht. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, der Allmächtige, er ruft, er ruft jede Nacht, wer ist es, der mich ruft? Wer ist es, der mich ruft, damit ich ihm gebe, damit ich ihm gewähre? Könnt ihr euch das vorstellen? Jede Nacht. Egal, was wir die ganzen Jahre, Monate und Wochen gemacht haben, ob wir dieses Treffen wahrgenommen haben oder nicht im letzten Drittel der Nacht, er kommt jede Nacht wieder herunter. Jede Nacht wieder herunter und er wartet auf wen? Auf seine gläubigen Diener. Er wartet auf die, die reuig umkehren, die etwas begangen haben, was sie nicht begehen wollten. Sie sind in etwas reingekommen, wo sie nicht rein wollten. Sie wollen sich wieder reinwaschen. Sie haben ein Anliegen. Die Menschen können nicht helfen. Wer ist da? Wer kann dir helfen? Wer kann dir helfen? Wer kann dir aus dem Kummern wieder heraushelfen? Allah. Und er kommt jede Nacht. Hast du die letzten 10 Jahre dieses Treffen nicht wahrgenommen? Kein Problem, er kommt diese Nacht wieder. Hast du die letzten 20 Jahre nicht wahrgenommen? Kein Problem, er kommt diese Nacht wieder. Nimmst du auch die nächsten 10 Jahre nicht wahr und du lebst nach den nächsten 10 Jahren immer noch? Kein Problem, er kommt danach immer noch. Er wartet. Er wartet auf seinen Diener und ruft aus. Wer ist es? Wer ist es, der mich bittet, damit ich seinen Ruf erhöre? Könnt ihr euch das vorstellen? Damit ich ihm gebe. Er will geben. Der verlangt. Derjenige, der verlangt. Und er will, dass wir verlangen. Der Gesandte Allah, sallallahu alayhi wa sallam, was sagt er? Er sagt, dass Allah, subhanahu wa ta'ala, will, dass seine Diener ihn anflächen, dass sie ihn anrufen. Er will es. Der Mensch will es nicht. Geh mal an die Türe von Menschen klopfen. Geh mal 2-3 Mal nach Geld fragen. Irgendwann wird sogar deine Mutter sagen, Mensch Junge, du musst arbeiten, du musst was tun. Du kannst nicht die ganze Zeit immer zu mir kommen und Geld verlangen. Deine eigene Mutter, die normalerweise so barmärzig mit uns ist. Allah liebt es, liebe Geschwister. Nicht zu vergleichen mit den Menschen. Er liebt es. Klopf es auf, wie du willst. Geh jeden Tag ins Gebet und rufe Allah und sag, ja Allah, ich brauche, ich bitte dich, ich kann nur die Hilfe durch dich bekommen, ich kann nur Reichtum durch dich bekommen. Er liebt es. Er liebt es, angefläht zu werden. Er liebt es. Genau das, das ist genau umgekehrt zu demjenigen, der geschaffen ist. Der Geschaffene, der fühlt sich irgendwann genervt. Beim zweiten, dritten Mal im selben Anliegen sagst du, ja Bruder, kann doch nicht sein. Langsam musst du dein Leben selber in den Griff kriegen. Ich habe dir geholfen, erste, zweite, dritte Mal, aber jetzt vierte, fünfte Mal, irgendwann ist gut. Ich muss auch selber nach meiner eigenen Familie schauen. Das ist der Mensch, weil wir sind schwach. Aber der Mensch, wo rennt er am meisten hin? Er rennt zu den Menschen. Ajib. Der Mensch ist ajib. Wallahi, der ist ajib. Wir sind voll ajib. Wir haben jemanden, der uns wahrhaftig helfen kann, der uns wahrhaftig alles gibt, aber die Menschen rennen in erster Linie zu den Menschen. Betrachte auch diesen Hadith Qutzi, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, liebe Geschwister, es gibt wirklich Dinge, die können wir mit unserem Verstand gar nicht ermessen. Wir können das gar nicht nachempfinden, weil das so gewaltig ist. Ich bin mit dem Gedanken meines Dieners an mich und ich bin mit ihm, wenn er meiner gedenkt. Allah ist mit seinem Diener, wenn der Diener Allah gedenkt. Allahu Akbar. Und ich bin mit ihm, wenn er meiner gedenkt. Und wenn er meiner bei sich selbst gedenkt, gedenke ich seiner bei mir selbst. Und wenn er meiner in einer versammelten Schar gedenke, gedenke ich seiner in einer versammelten Schar, die besser ist als sie. Wer sich mir um eine Handspanne nähert, schaut mal, hört mal, hört ihr diese Worte. Wer sich mir um eine Handspanne, eine Handspanne nähert, ich weiß, dass ihr alle auch diesen Hadith kennt. Doch wenn wir sie nacheinander aufzählen, wird Inshallah, Gott will klar werden, wie sehr unser Herr, man kann es kaum in Worte fassen, wie sehr Allah die Menschen liebt und sich ihnen in Liebe nähert. Wer sich mir um eine Handspanne nähert, dem nähere ich mich um eine Elle. Um eine Elle, liebe Geschwister. Entschuldigung, ich habe eben gesagt Handspanne und diese Elle bei Allah weiß man nicht. Das ist so wie eine Elle bei Allah ist nicht wie bei den Menschen. Allah ist kein Mensch. Und wir wissen, dass der erste Himmel im Vergleich zum zweiten Himmel wie ein Sandkorn in der Wüste ist. Und der zweite im dritten auch wie ein Sandkorn. Und der dritte im vierten Himmel wie ein Sandkorn in der Wüste. Und der fünfte auch zum sechsten und der sechste zum siebten. Und der siebte zum Thron Allahs ist wie ein Sandkorn in der Wüste. Und dann wird dir gesagt, wenn du dich einer Handspanne, eine Handspanne, was ist eine Handspanne? Gar nichts. Wenn du dich einer Handspanne gegenüber Allah näherst, nähert er sich dir um eine Elle. Allahu Akbar. Das ist Allah. Und die Elle bei Allah, wie ich gerade gesagt habe, wir wissen nicht. Wir wissen nur, dass Allah sich sinngemäß so nähert. Und wer zu mir gegangen kommt, zu dem komme ich eilends gelaufen. Allah sagt, wer zu ihm gegangen kommt, zu ihm komme ich eilends gelaufen. Allah. Eilends, Eilends. Eine Betonung liegt hier bei Eilends. Gelaufen. Das ist ein Hadith Kutzi. Könnt ihr euch diese Barmherzigkeit vorstellen? Wenn du dich nur näherst, das heißt, es gibt gewisse Leute, wir sehen sie jetzt gerade als schwach, der ist vielleicht jetzt gerade noch am Rauchen, der ist vielleicht jetzt, heute geht er noch in die Diskothek, aber der hat sich schon Videos im Internet angeschaut. Er will jetzt gläubig werden. Er sagt schon, das ist die wahre Religion. Er hat es schon für sich im Herzen angenommen. Und er ist gerade in einem Prozess. Wir nehmen es nicht wahr. Wir kriegen es nicht mit, weil wir Geschöpfe sind, die selber geschaffen sind und wir kennen das Verborgene nicht. Aber Allah hat dieses Nähern schon wahrgenommen. Und er weiß, wie er im halben Jahr sein wird. Und er hat sich ihm schon längst genähert. Und er weiß es noch nicht mal. Und diesen Prozess haben Kompetierte durchgemacht, wie unter anderem auch ich und andere Brüder, die gerade anwesend sind. Es gab irgendwann einen Punkt, wo du erkannt hast, aber du konntest nicht von heute auf morgen umsetzen. Sondern es war ein Prozess. Ein Prozess, in dem du gewisse Sachen durchläufst. Und liebe Geschwister, dass das Gebet, die Al-Fatihah zum Beispiel, Allah Azzawajal sagt auch wieder hier, ich habe das Gebet zwischen mir und meinem Diener in zwei Hälften geteilt. Das heißt, wenn du rezitierst, du rezitierst nicht einfach nur für Allah Azzawajal. Das ist für dich, ein Teil ist für dich selber. Du kriegst das, worum du bittest, worum wir in der Surah Al-Fatihah bitten und er bestätigt deine Lobpreisung und deine Unterwürfigkeit in den anderen Ayats. Könnt ihr euch das vorstellen? Das heißt, das ist eine wechselseitige Beziehung. Das ist eine, das ist ein wie unter Liebenden, die zwei, die sich lieben, wo einer dem anderen etwas gibt. Allahu Akbar. Dabei sind wir doch so schwach. Was können wir denn Allah geben? Was können wir denn Allah bieten? Was können wir denn zurückgeben, was er uns gewährt hat? Und er macht das Gebet so, dass das für einen selber und für ihn ist. Welche Barmärzigkeit? Welche große Barmärzigkeit von unserem Schöpfer? Wer schon, das ist ein kleines Gedicht, das wäre schon im Zorn mit dir so gütig, sein Lohn in Freude über dich wird sein unermesslich. Wenn jemand dich schon so gut behandelt, wenn du Sünden begehst und er ist zornig und er hat seine Barmärzigkeit gegenüber seinem Zorn vorgeschrieben, wie ist es dann erst, wenn er mit dir zufrieden ist? Wie wird der Lohn sein, mein Bruder? Wie wird der Lohn sein im nächsten Leben? Gewaltig! Obwohl er erzürnt ist, behandelt Allah dich gütig. Wie wäre es dann erst, wenn er mit dir zufrieden wäre? Gepriesen ist er und er haben. Und das ist ein Vers aus dem Koran. Und dein Herr ist der Verzeihende voller Barmärzigkeit. Wenn er sie für das herannehme, was sie erworben haben, würde er für sie die Strafe wahrlich beschleunigen. Und noch ein Vers im Koran sagt Allah dem Verzeihenden der Sünde und dem Annehmen der reugen Umkehr. Allah ist der Vergebene zu den Beweisen seiner Liebe. Zu dir gehört also, dass er deine Reue ganz einfach annehmen kann, sagt er doch. Und wer verzeiht die Sünden außer Allah? Wer verzeiht die Sünden außer Allah, mein Bruder? Gibt es jemanden, der die Sünden vergibt außer Allah? Kann jemanden die Sünden vergeben außer Allah? Wer kann uns helfen außer Allah in allen Angelegenheiten? Schaut mal, wollt ihr noch mehr Beweise für die Liebe von Allah? Das Fasten am Tag von Ashura sühnt deine Sünden des vergangenen Jahres. Warum alle Sünden, die dich im vergangenen Jahr begangen haben, sollen vergeben sein? Nur durch das Fast eines Tages? Ja und warum? Weil er dich liebt. Er will dir vergeben. Er will nicht, dass du in die Hölle eingehst und schämst du dich nicht. Schämen wir uns nicht dafür, wie wir in ihm gegenkommen. Wir wissen, dass von Jumma zu Jumma werden die Taten vergeben. Von Ramadan zu Ramadan, von Umrah zu Umrah. Schaut mal, wie viele Punkte es gibt, wo Allah Gutes für uns wird. Und wie macht er das bei einer guten Tat? Er vervielfacht bis zum Zehnfach. Bis zum Zehnfach bis zum Siebenhundertfach und darüber hinaus. So wie Allah will. Und wie ist das bei einer schlechten Tat? Wird hier nur die eine schlechte Tat aufgeschrieben. So barmärzig ist Allah. Und der Mensch sieht immer nur Schlechtes. Er ist immer nur schlecht, dass Allah einen prüft. Dabei ist die Prüfung vielleicht, damit er dich reinigt. Wo du dich darüber beklagst, ist vielleicht eine Reinigung für dich. Worüber du dich beklagst, ist vielleicht eine höhere Rangstufe im nächsten Leben. Worüber du dich beklagst, ist vielleicht ein Wachrütteln für dich, damit du begreifst, wer dein Schöpfer ist, damit du praktizierst. Es hat viele Hintergründe meistens, wenn Allah seinen Diener prüft. Und der Gesandte Allah sagt, der gläubige Diener, der wird so lange geplagt, bis er sündenlos vor Allah steht. Wir wollen doch sündenlos vor Allah stehen. Wir wollen doch nicht, dass wir eine jahrelange, tausende von Jahren eine Abrechnung bekommen unter der Sonne, wo es keinen Schatten geben wird, außer den Schatten von Allah. Wer will schon so eine Abrechnung unterzogen bekommen? Keiner, liebe Geschwister. Der Gesandte Allah sagte auch, sagst du an einem Tag hundertmal subhanallah, bekommst du 1000 gute Werke angerechnet. Das ist Liebe. Nie und nimmer ist das eine Behandlung aufgrund von Gerechtigkeit. Es geht weit darüber hinaus. Hier beruht die Behandlung nicht nur auf Gerechtigkeit, sondern auf Liebe und Barmherzigkeit. Hundertmal subhanallah und du kriegst den Lohn von 1000 guten Werken aufgeschrieben. Allahu Akbar. Seht der Mensch denn nicht, wie barmherzig Allah ist, wie einfach die Religion ist, wie einfach die Waagschale zu füllen ist und dennoch ist man immer am Beklagen und ja, warum ich denn und warum hat der das und ich nicht? Weil Allah dich bewahrt, mein Bruder. Weil Allah Gutes für dich will. Hättest du das, was du bei deinem Bruder siehst oder bei deiner Schwester siehst, wärst du vielleicht nicht das, was du bist. Du wirst vielleicht abgelenkt sein vom Glauben, weil du siehst etwas gut für dich, was im Endeffekt vielleicht schlecht für einen ist. Wer kennt uns am besten? Wer kennt uns am besten? Kennt uns jemand besser als der, der uns erschaffen hat? Kennt uns jemand besser? Nicht mal deine eigene Mutter kennt dich so gut, wie Allah dich kennt. Wir selber kennen uns nicht mal so gut, wie Allah uns kennt. Wie kann das nicht sein, dass wir nicht damit zufrieden sind, dass wir nicht damit zufrieden sind, was Allah für uns bestimmt hat? Und guck mal, gerade eben habe ich euch gesagt, dass die Surah für den Diener und für Allah sind. Und es gibt Sahaba, die haben das die ganze Zeit rezitiert, nicht aufgrund der Belohnung, sondern einfach nur, weil sie die Liebe Allahs dadurch erreichen wollten. Die wollten die Liebe Allahs erreichen, deswegen haben die das gemacht. Die haben gewisse Taten begangen, weil sie die Liebe Allahs angestrebt haben. Die haben gesagt, wenn ich weiß, dass das meinen Herrn zufriedenstellt, dann mache ich das nicht aufgrund dessen, weil ich Belohnung bekomme oder weil ich vor Strafe bewahrt werde, sondern die haben das gemacht, weil die ihren Herrn, weil die das, was er gerne hat, zuteil kommen werden lassen wollen. Könnt ihr euch das vorstellen? Schaut mal, Abu Bakr, Siddiqui, Radiyallahu anhu. Kennt ihr die Geschichte, wo sein Vater den Islam angenommen hat? Er hat gesagt, ich wünsche, es wäre der Onkel von Abitaleb, es wäre der Onkel von dem Propheten Sallallahu Freuen. Und so waren die Sahabah, die haben Taten begangen, aus Grund von Liebe gegenüber Allah, nicht weil sie haben gedacht an Paradies, oder die haben gedacht an die Hölle, sondern die haben daran gedacht, dass das Allah zufriedenstellt. Was ist das für eine Denkensweise? Ajib, Allahu Akbar. Schau mal, wie tiefgründig, wie die wirklich innig waren mit der Liebe gegenüber Allah. Heutzutage, Bruder, wenn einer seinem Vater, wenn sein Vater rechtgeleitet wird, der hört sich sowas von Freuen, der wird so froh sein, aber die haben den Propheten so sehr geliebt, dass er gesagt, ich wünsche, das wäre sein Onkel. Der Prophet sagt, Alhamdulillah, Lobpreise Allah, füllt die Waagschale auf, das bedeutet, ich sage, Alhamdulillah, und dann wird meine Waagschale mit guten Werken aufgefüllt. Ja, mein Lieber, die Waagschale wird aufgefüllt. Wir kommen jetzt auch zum Ende. Es gibt so viele Sachen, die man erwähnen kann, wo die Liebe des Allmächtigen bekannt wird. Es gibt auch viele Namen von Allah, subhanahu wa ta'ala. Schau mal, Allah, subhanahu wa ta'ala hat ja viele Namen und die meisten oder viele der Namen von Allah, die sind, das sind Namen der Barmächtigkeit. Viele Namen von Allah, subhanahu wa ta'ala, sind Namen der Barmächtigkeit, wie zum Beispiel, Es gibt so viele Namen, liebe Geschwister von Allah und noch andere, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, wo du die Barmächtigkeit von Allah, subhanahu wa ta'ala, zu spüren bekommst, wo die dir zuteil wird. Aber der Mensch, der sieht so wenig, er sieht so wenig, wie ich eben gesagt habe, der sieht draußen den ganzen Munker, der sieht den ganzen Facet, sieht der nicht? Der kommt in den Moschee und da musst du jetzt Amar bimaruf machen. Da musst du jetzt anfangen, das Gute zu gebieten, schlecht zu verbieten. Und dann auch wie? Ist ja gut, wenn du das machst, wenn du das mit Hikmah machst, wenn du deinem Bruder in Nasiha vom Herzen gibst. Wie macht man das heutzutage mit der Kelle? Man holt die Keule raus und dann geht's los. Keiner von uns, keiner nimmt von uns auf eine grobe Art an. Keiner von uns nimmt von einer groben Art an. Wenn jemand kommt und einen unrespektvoll behandelt und auch wenn er die Wahrheit spricht, Safi, du hast keine Lust von dem anzunehmen. Geh, du wirst denken, wer bist du? Was willst du von mir? Du bist nicht mein Vater. Was redest du in so einer Weise mit mir? Was sagen die Deutschen auch? Der Ton spielt die Musik. Und das stimmt. Wenn du mit einem Menschen, wenn du willst ihn verbessern, wenn du einen Ratschlag geben willst und du redest auf eine bestimmte Art und Weise nimmt er auch von dir an. Aber wenn du auf eine grobe Art und Weise redest, wer soll von einem annehmen? Wer soll annehmen? Und dann noch, da machen man das noch bei älteren Leuten, älter als man selber ist. Und man weiß, dass die älteren sowieso Probleme haben, nicht alle, aber gewisse, dass man von Jüngeren etwas annimmt. Die haben mehr Lebenserfahrung, mehr Durchgemacht. Die sagen sich dann auch, was willst du mir jetzt sagen? Und nicht mal gesagt, so und so und so und dies und jenes auf dem da hast das noch nett gemacht, weil du mit dem Party machen wolltest. Auge, Sibyla. Schade, waren das meine Worte. Ist jetzt auch zu viel. Also, ich denke mir, das wird auch die Kapazität von uns allen sprengen, wenn wir jetzt noch mehr hier durchnehmen. Es reicht für heute. Möbalas Pantala uns, wie gesagt, Aufrichtigkeit gegenüber schenken. Und Möbalas wissen, wissen von seiner zukommen lassen und dann auch umsetzen lassen. Wenn ich etwas Gutes gesagt habe, ist das Einzige und Allein von dem Alabama, dem Barmherzigen. Und wenn ich etwas Schlechtes gesagt habe, ist das von mir und dem Schaitan. Ich bedanke mich für Allah und für eure Geduld und auch für die Brüder, die uns heute auch schon ermahnt haben und sich auch die Zeit genommen haben. Möbalas Pantala, so wie er uns hier versammelt hat, möge er uns im Paradies vereinen. 2-3 Uhr hier inshallah und dann will Allah wissen, ob man sich hier sieht. Deswegen sollte man die Zeit ausnutzen, so wie ich eben gesagt habe. Die Zeit wird kommen, wo man diese Zeiten vermisst. Und wenn etwas vorbei ist, ist es zu spät, es einzusehen. Das muss man einsehen, solange man die Chance hat. Genauso wie man die Chance hatte damals, oder wie man jetzt manchmal die Chance hat, beim Sündigen, ich eben gesagt habe, und die Chance dann ergreift, sollte man erst recht beim Segen, beim Guten die Chance ergreifen und diese Worte wahrnehmen, weil die Brüder, die morgen auch wieder Vorträge machen, die reden ja nicht von ihren Köpfen, sondern die kommen auch mit Beweisen aus Quran und Sunnah und das ist im Endeffekt von Allah eine Barmärlichkeit. Jizekmallahu Scherl.